Musik Ich bin Aiden Digga, was sind diese Spielzeuge? Ah, ich habe hässliche, hässliche Puppen gesammelt, damit die nicht alleine sind. Irgendwie süß, aber ich glaube, die bringen mich um oder so. Aber auch bei Redbelly, weil auch Redbelly war der schönsten, er war immer so nett für die anderen Puppen. Aiden lief nicht, wenn jemand so nett für die anderen. Er hatte Kitty Paws, Mr. Bunny Teeth, Miss Starry, Honeyclaw und Claudia. Ey, die haben sich bewegt! What the fuck? Was? Die waren auf einmal weg? Oh, diepe Worte! Manchmal schickt euch Gott eine Freundin nur für Charakter-Development-Chat. Damit ihr euer Herz bricht. Merkt euch das? Guys, er hat Schluss gemacht, ich kann nicht mehr. Spaß! Passiert dem Besten. Claire's an Dad. Okay, wo sind wir hier? Find all your five protective dolls. Okay, okay, ich muss meine Puppen finden. Ich bin ein Baby! Ich bin ja voll... Oh, was habe ich für einen süßen Anzug? Ich bin ja voll klein. Ah, jetzt. Okay. Wo sind meine Puppen? Grab. Put away. Wo sind denn alle meine Puppen? Die sind ja alle... Ah, da ist eine! Oh, ich auch! Bruder, das ist doch keine Puppe, Alte! What the fuck? Sind das alle meine Puppen? Nein, das ist eine von meinen Puppen. Wo komme ich da hin? Komm her, Bubi Bear. Ich kann die nicht nehmen! Ah, das ist ein Grappler! Da ist ein Grappler! Oder? Ne, das ist ein Schwert! Was will ich denn mit... Was will ich denn mit einem Schwert? Das ist doch eine von meinen Puppen. Ich verstehe nicht, warum ich... Kann ich raus? Ah ja! Okay, schlechtes Wetter, schlechtes Wetter. Nein, 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 nein! Dessen die Hände und meine Puppen. Sie sind nicht mit ihm vor, oder was? Ich muss mich davon wissen, was ich mit Bob nicht ab. Oh, komm, Mann, ich bin immer wieder, wenn ich mit Bob nicht wiederufeierde... Weil ich eine beendetrielle mit jemandem immer wieder.... Ich würde mich immer wieder mit Bob oder was... Ich habe ein Beendetriebe. Und die lange nicht immer wieder... Wenn ich mich mit Bob nicht verletzt habe, mit Bob oder was... Wenn ich etwas über das Gespräch mit Bob nicht wär... Mö? Ich brauch den Stuhl. Meine Eltern streiten! Oha, wie zur Hölle komm ich da überhaupt dran? Oha, was ist das denn? Da ist meine Puppe! Okay, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Oder ist die hier durch? Aha! Mami! Guck, 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 Guck! Okay, das hab ich kurz nicht erwartet. Ich war kurz in meiner Rolle vertieft. Sorry. Oh, ich hab ein Stift. Crayons, are you allowed to draw on some walls and get creative? Allah? Ich muss da hoch. Muss ich dir den Hocker jetzt holen. Hau rein, Ray Ray. Was war das? Aha. Hä, aber wie kriege ich denn den Stuhl hier hin? Das geht ja gar nicht. Wie komm ich denn da hoch? Ah, die Schubladen aufmachen. 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 Hallo? Ah! Ich hasse eure Jumpscairs manchmal. So unnötig. Ich werd einfach gedobbelt Jumpscared, Bro. Mama 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 Oh Die Tür geht nicht auf. Oh Gott, ich habe Angst. Der Jumpscare. Was ist das für eine hässliche Zeichnung? Okay. War hier vielleicht noch irgendwas? Nein, oder? Ich verstehe nicht, wo ich gerade hin muss. Ah. Ah. Ein Apfel. Oh. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Chat. Hallo? Oh mein Gott, wer ist das? Hallo? Oh Gott, ich rieche eine Falle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich rieche eine Falle. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh 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 Gott. Aaaaaaahhhh! Aaaaaaaaaaahhhhhh Aaaaaaaaaaaaaaahhhh Aaaaaaah! Ich weiß es nicht mehr, ich würde dich fallen! Was? Ich hau ab von zu Hause, es reicht mir Ich zieh aus Wisst du noch was? Es reicht mir, Junge Ich hab genug von dieser Scheiße Cruising down the street In my 6-4 Wer bist du lan? Nicht überhaupt Nein, das war das Intro, das ist nicht vorbei Wo bin ich da, Männer? Ich hätte echt nicht mehr gedacht, dass wir das Irgendwann noch gebrauchen könnten Aber es ist so weit Wir gehen back to the OG Nackenkissen Ich bin in Hebsland, in Baby Hebs Find Mr. Bunny Tiefdoll Find Kitty Pawsdoll Find Honeyclaw Ich muss meine Puppen finden alle Door ist bolt locked Unlock bolt Ah Mein Stuhl Mein Stuhl, ja Ars Komma auf den Nein Lack, wo ist dieser Baby Blue Seiri, hä? Was geht hier oben, so? Und so ist da vorne dunkel Find a way to open Section 1 Oh Gott Ich will Section 1 nicht open Ist irgendwo ein Gate, aber wo? Ah, da oben Digga, ich weiß nicht, wie laut das Spiel bei euch ist Aber bei mir ist es behindert laut Ernst? Rote Licht Oh, ich rieche eine Falle Okay, es sieht safe aus Okay, es ist nicht so schlau aus Irgendwelchen Höhen zu springen Ist das mein Rucksack? Ah, da kann ich mehr Sachen in meinem Rucksack tun I understand Ist das dein Tüscher an das? Nein, gar nichts Hä, aber wieso habe ich denn jetzt die Tür hier aufgemacht? Was hat mir das gebracht? Ah, warte mal Kann ich hier irgendwas machen? Ah Oh Mann, irgendwie ist das Spiel ultra gruselig Oder? Ich finde das Spiel schon gruselig gerade ein bisschen Die Soundeffekte und so sind halt ultra krass Oh Mann, wie ist das? Oh Mann, das ist nur mein Dings, Digga, du Eiri Okay, das Glas kann man kaputt machen, wenn man was dagegen wirft Oh, Mosa, danke für deinen Prime-Sub Danke, danke, danke Wir sind bei 180 Subs Küss euer Herz, Chat Danke für jeden einzelnen Sub Kuss, 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 kuss Oh Gott, da vorne ist jemand Chat, da vorne ist jemand Was ist das für ein Spiel? Kein cooles Spiel Mami? Nein, nicht Mami Das ist nicht Mami You can also hide in small lockers In a case that you need to No hiding Also kann ich das Glas theoretisch auch kaputt machen Oh Gott, da sitzt ein Teddybär Ich muss kurz was zum Werfen holen Oh nee Was geht so da? Oder geht die Tür auf? Nein Jör, jör, was geht hier? Habib Eiri Drinking milk can be found around Instantly restore your overall stamina Danke Find a way to open section 2 Ich hasse Schächte, Junge Ich hasse Schächte in Spielen, Bro Da ist doch ne Hand, oder nicht? Ja, walla, billa sogar Schau mal, das ist ne Falle Das ist ne verfickte Falle, Bro Wenn ich da jetzt hinlaufe GG Das ist ne Falle Die fässt mich an Eine Milliarde Prozent, die fässt mich an Ich hab Angst, Bro Ah, okay Da kann man sich verstecken Oh nein Oh nein, bitte Oh nein Oh nein Ich hab Angst, Bro Bitte Hold on, Black Phantom Ich glaub, wir sterben jetzt Ich glaub, wir sterben jetzt Ich glaub, wir sterben jetzt Wer wirft die Stühle, lan? Wer wirft die Stühle? Ha? Wer? Wer von euch wirft mir die Stühle? Wer sagt? Zeig dich Oh mein Gott, das ist ein Puppen Wer ist hier? Ah, diese Betten sind safe rooms Oh Gott Fass mich nicht an Oh Gott Nein, nein, nein Nein Ich will nicht Komm, mein Fuß Wer ist hier? Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein Das ist nicht meine Mutter 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 Open the door, Aiden! Open the damn door right now! Open the door! Open the door! Oh Gott, ich muss die Tür öffnen! Aaaaaah! Okay, ich mach die Tür nur auf, weil sie so nett gefragt hat! Aaaaaah! 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 Wuh! Aaaaaah! Okay. Ich glaube Habibi ist weg. Man denkt vor, so... Bro, Digga, meine Seele gerade, ne? Die ekligen, die haben mich aber auch... Die haben mich auch geballert, Bro. Die haben mir extra den Schlüssel gegeben, damit ich denke, ich kann es aufmachen. Stell dir vor, du bist zu drei. Das ist dein Leben. Du musst sowas durchmachen oder vier. Du hast das für ein Leben, Mamine. Erklär mal. Wie, die Tür geht nicht auf? Ist irgendwo ein Schacht? Ich muss meine Puppen alle finden. Map and Arrows can guide you. Map und Arrows in dich. And safe room. Aber warum hat man in dem Game Leben? Weil ich gejumpt werden kann. Ich hab Milch und Schokolade auf Lock. Okay, wir gehen rein. Jojo, alle, die auf TikTok sind. Ich bin auch live auf Twitch, so heiß ich auf Twitch. Teilt auch den live auf TikTok. Küsse euer Herzen. Küs, 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 küs. Danke für die Sachen, die ihr geschickt habt. Danke für die Follows. Und danke für die Likes. Ich sehe das alles. Küs, 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 küs. Protein sind gesaved. Okay, wo finde ich jetzt... Das ist ein Hut. Könnte ich den nehmen? Ohne gejumpt zu werden vielleicht? Der leuchtet so schön. Hab ich irgendwo einen Stuhl hier? Ne. Was ist das? Ich brauch einen Stuhl. Um an die Tür zu kommen. Da ist ein Stuhl. Wala, ich werd von einem Stuhl gejumpscared. Von einem Stuhl. Oh, ich glaub hier ist nass, oder? Ja. 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 Da drümmeligen Sachen. Okay. Wofür brauche ich den Stuhl? Was gerade passiert? Willkommen zu Redbelly and Friends, Jumpy Shows, wie Jumpy Shows, rot, blau, rot, grün, orange, grün, rot, blau, rot, rot, blau, rot, grün, orange, grün, rot, blau, rot, grün, orange, grün. Wie soll ich denn auf blau springen? Rot, hier rot, blau, rot, grün, orange, grün, also eigentlich so rot, blau, rot. Wie soll das denn funktionieren? Rot, blau, rot, grün, orange, grün, so rum. So, rot, blau, rot, grün, es ist kein Rätsel, bro. Ich dachte es wäre, ja doch, da ist ein Schlüssel, rot, blau, rot, grün, orange, grün. Ist das jetzt kein Rätsel oder was? Natürlich ist es ein Rätsel. Guck die Größen an. Ja, aber rot, blau und rot müssen ultra klein sein. Außerdem ist rot irgendwie viereckig. Es gibt nicht mal ein kleines blau. Das ist das einzige kleine blau. Ach, da hängt meine Puppe. Aber wie starte ich dieses Rätsel? I don't understand irgendwie. Oder das zweite... Warte mal, wir schauen nochmal die Farben nochmal an. Hau rein, Zora. Hast du die kleinen viereckigen verschieben? Ne. Okay, wir schauen nochmal. Rot, blau, rot, grün, orange, grün. Doch, das ist schon... Rot. Was geht hier drüben? Warte mal. Hier ist ein Safe Room, auch wichtig. Hier gibt es bestimmt wieder was zum Snacken. Kurz saven den all. Das heißt... Das ist einfach, dass du hochspringen sollst. Ach, denkt ihr? Denkt ihr, ich komme so einfach ganz normal an meine Puppe? Wie bin ich denn gerade eben hochgekommen? Moment, ich habe gerade keine Ausdauer. Ich denke, das ist doch viel zu weit. Ich denke, das ist doch viel zu weit. Ja, hast du recht, Zoraak? Ja, du hast recht, Zoraak? Ich habe Angst. Hallo, everybody. My name is Jem, guys. Jem. Das ist eine Falle. Das ist so Indiana Jones mäßig jetzt. Ich heb das auf und dann bin ich tot. Cloudy head. Das ist eine Falle. 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 Danke, großer Mann. Ich habe meinen Monitor gehauen. Das ist crazy. Ich will nicht rauslaufen. Ich habe Angst. Alaikum salam. Sonst was geht. Ich habe es verpasst. Tja. Ok. Uns fehlen noch drei Plüschtiere. Wahrscheinlich bin ich in dieser dunklen Gegend hier sehr richtig. Sorry. Was ist das eigentlich? Brother. Ewww. Atme doch hier so, das ist mein Charakter, Digga Du siehst aus wie mein Cousin Das kann gut sein, ja Hallo Wieso ist hier Blut an der Tür Hallo Hellna Digga, bring mich hier raus hier, mach die Tür so fast Wir gehen zuerst hier dann, der andere Raum ist mir zu uns, hey Schreibt mal jemand 1562 in den Chat Ah, das ist die andere Seite vom Raum Da war gerade jemand Da war gerade jemand Da war gerade jemand Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war gerade jemand Nein, meine Mutter schon wieder Die kommen nicht durch die Wand, oder? Niemals Die kommen nicht durch die Wand, oder? Da war gerade jemand Nein, 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 nein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich brauche gar keinen stuhl, ich Idiot. Ich hätte die Schubladen noch einfach aufmachen können. Pick up Big Door Key. Bruder, ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll noch, Lahn. Keine Ahnung, ich denke, das Spiel geht schon noch ein bisschen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist denn meine Puppe? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ich habe keinen Platz. Ich lasse das hier liegen, 100% Ich brauche meine Bären. Ich brauche meine Bären. Ich hatte lange nicht mehr so viel Angst bei einem Spiel wie das tatsächlich. Ich brauche mal langsam wieder ein Safe-Room irgendwo. Ich muss meine Bären da rein tun. Leugnet Sand ziehen? Ich brauche meine Bären. Ich brauche meine Bären. Immer den Pfeilen wollen. Ich brauche meine Bären. Ich brauche meine Bären. Das ist von vorn, ich Idiot. Ne, ist nicht. Dann müsste ich hier mein Spray-Can liegen. Oder da vorne müsste die liegen. Da liegt die auch. Ich Idiot. Was aber, wenn ich so hier lang gehe? Nein, nix. Aber, hey, ich erinnere mich gar nicht. Der Schacht war ja zu, obviously. Ich brauche noch eine Puppe. Ich brauche noch eine Puppe. Ah, hierfür sind die Teile. Kann ich jetzt damit fahren? Dann bin ich schneller. Ich kann das mal anmalen. Ich kann das mal an- Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aha, hier war ich noch nicht Ah, dafür braucht man einen Code, das ist 1562 Alter, wie soll ich den Code von hier unten eingeben? Eins The Goat, Digga The Goat Da ist doch meine letzte Puppe, Digga Find your mother to return back home Wie find your mother Was, ich müsste, wie meine Mutter überhaupt aussieht Ich glaube, das ist doch Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich werde 100% so 5 Jahre früher sterben oder so. 100%. 100% ich verliere wertvolle Lebenszeit einfach. 1 Milliarde. 1 Milliarde. So 5 Jahre oder so früher werde ich sterben. Vielleicht so 6. Ich wollte nur auf mein Dreirad gehen. Jetzt soll ich noch meine Mutter finden. Woher soll ich wissen, wo meine Mutter ist? Mach die scheiß Tür auf. Dreirad fahren ist so cool. Mami. 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 Time to get dressed for your doctor's appointment. Oh, come on, baby boy. You don't have to worry. Tell you what. You can bring all your favorite dolls with you. How's that sound? Whenever you're scared or afraid of something, just hug all of them all tight together. And they won't protect you from anything. Let's go now, Aiden. They will always protect you. Always. As long as they're all together. Remember, Aiden. Just hug all of them tight together. And everything will be fine. Danke für den Zap, Elena. Danke, danke, danke. Ja, krasse mit... äh, Karen. Ich sag dir gleich, was du machen kannst. Mein Dad ist ein Toymaker. Ja, das Spiel kostet einen Zehner. Es riecht nach Ende von dem Spiel. Aber ich vertraue dem Spiel nicht. Ich sag, die ficken uns noch einmal. 100 Proben. Are you excited to meet your friends, Aiden? You're gonna love it. Look how but you've grown. I'm a bit worried. Aiden is acting strange now. He barely communicates with anyone. He's obsessed with that TV show. Whenever I try to shut it off, he starts throwing a tantrum. The doctor said Aiden has an overactive imagination. Sometimes he can't tell between reality or... He'll be checking up with him next week. You think I'm not doing my part? How are we even going to afford it? You are barely making any money and we can't keep going on like this. You think this is easy for me? I'm heading out. I've heard enough of your nonsense. Where have you been? You are drunk. Again. Did you forget you have to pick up Aiden? Both of us have to do our part. You can't just escape reality by getting drunk. I am not drunk. Have you seen someone else? Have you been with that whore again? Is that it? What the hell is the matter with you? You are pathetic. Shut up! Shut up! Shut up! Worthless husband! Worthless brother! You are nothing! Nothing! You fucking bitch! Move out of the way! More son of a... What the hell do you think you're doing? Get out! Now! Shut up! You fucking bitch! No! Who could you leave me do this? You fucking bitch! You fucking bitch! Here you are! This is your fault! This is all your fucking fault! Come here! Oh, that's my dad. My dad is this crazy... My dad is this blood. My dad is this crazy... My dad is this big red. You... I'm not ready for this shit... 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 Open the fucking door right now! Danke für dein Prime, Yigit. Wir haben schon 182 Subs. Kuss, kuss, kuss an jeden, der gesuppt hat. Kuss, 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 kuss. Es ist September-Chat. Falls ihr noch nicht gesuppt habt, dann tut das jetzt. Irgendwie ist der Gedanke, dass er so hässliche Plüschtiere so bei sich behält, voll süß, weil er nicht will, dass die ausgeschlossen werden. Voll süß irgendwie. Oh, irgendwas Schlimmes passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles gut.